Hallo Leute, Montagmorgen, ich bin hier im Atlantis und leider alleine. Ich hoffe, ihr wart so brav zu Hause am Wochenende, wie ich in meiner Familie auch. Obwohl es manchmal ganz schön schwer fällt. Aber bleibt weiter zu Hause, stay at home and stay healthy. Wir vom Atlantis haben uns gedacht, wir machen was ganz Besonderes. Wir haben einen Trainingsplan erstellt, den findet ihr gleich als Download unter dem Video. Und ein Trainingstagebuch für 30 Tage. Hier wird jeden Tag eine neue Übung, eine komplette Trainingseinheit vorgestellt. So dass ihr in den nächsten 30 Tagen komplett einen Plan habt, in dem jeder Tag auf dem anderen folgt. Und das Ganze mit Sinn und Verstand durchgeführt werden kann. Ihr habt ein Trainingstagebuch, das könnt ihr führen. Hier könnt ihr euer Gewicht eingeben, Bauchumfang, Beinumfang und könnt mal sehen, wie sich das in den 30 Tagen vielleicht verändert. Klar, wir brauchen auch ein Ziel. Ich auch und ihr auch. Und wir haben uns gedacht, vom Atlantis in 30 Tagen 3-5% vom Körpergewicht abzunehmen oder vielleicht eine Strecke X durchzujoggen. Geht zum Trainingsplan und zum Trainingstagebuch. Ich erkläre gleich im Anschluss die erste Übung. Das erste Training, wir fangen locker an, wird 30-45 Minuten Walken oder Joggen sein. Ihr seht unter dem Video, dass wir gesagt haben, wir arbeiten in verschiedenen Levels. Und zwar das Level 1. Probiert ihr mal. Ich mache das mal auf der Laufbahn vor. Zu laufen, 1 Minute. Normales Joggingtempo. Genau, gar nicht so schnell. Das ist super. Ich kürze jetzt natürlich ab. Dann, das könnt ihr natürlich draußen machen, nicht auf dem Laufbahn. Und dann geht ihr 1 Minute. Und das macht ihr 30-45 Minuten im Wechsel. Das sollte so ein Ziel sein, mal ans Joggen sich ranzuführen. Minute laufen, Minute gehen. Im Laufe des Trainingsplans, im Laufe der 30 Tagen, werden wir das in den verschiedenen Leveln immer wieder steigern. Dass ihr mal 2 Minuten, 3 Minuten, 4, 5 Minuten lauft. Und am Ende des Trainings, nach 30 Tagen, vielleicht mal 30 Minuten durchjoggen könnt. Ich wünsche euch beim ersten Training viel Spaß. Das Wetter ist ja super. Das Team Atlantis vermisst euch und sagt viel Spaß beim Training und bleibt alle gesund.